Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf CraftingPlanet mit dem Fetchy-Hardy. Hallo. Und heute machen wir was besonderes, das haben wir ja schon in der letzten Folge auf diesem Server hier angekündigt. Wir versuchen die Diarrüstung. Die volle Diarrüstung mal euch zu zeigen, wenn nix schief geht. Klappt das eigentlich auch, aber ich mach jetzt hier mal einen ruhigen. Okay, da unten ist einer. Okay. Ich bin nicht zu verkaufen. Okay. Oh, weia. Das war dumm. Oh, ja. So viel. Also sowas Dummes hab ich noch nie gemacht bis jetzt, eigentlich. Ähm. 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 Ja. So gehen auf die Überraschung hier. Und wir werden rübergeportet auf den Totenschild. Achtung, da ist jemand, der hat mich gejadet. Spaß. Hilfe. Ich dachte, ich lebe. Ich geh erstmal runter und hol den Eisenbeinschutz. Also müssen wir eigentlich nicht machen. Aber trotzdem auch. Die Eisenhose. So, fertig, gehört damit. Das war mir. Ist gerade in der Perle mich reingerufen. Ja, so war es zwei. Echt? Nein, Spaß. Ähm. Ah, das hört es an. Okay. Bitte. 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 Hoch. Auf die Ballon. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist nach der Ballon. Schön. Na, es ist ja schön. So gut, das kann man auch machen. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich stecke hier ein Block drin. Mist. Bugs war da drin? Äh, nee. Aber ich muss jetzt diesen Lift betätigen. Nein, nein, stopp. Nein, nein, lass, 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 lass. Das lag so doll. Ach, hast jetzt echt gemacht. Ich krieg das schon hin, Ferdi. Das lag hardcore. Oh Gott, Alter. Das lag doch. 29 FPS. Ja, komm. Ich muss den nicht aufnehmen. Oh, da oben ist jemand. Wir müssen uns zusammen töten. Oh Gott, ich kann glaube ich nicht gegen ihn auch nicht kämpfen. Huiuiuiui. Hm, 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 hm. Luke, ich schreibe mich nicht töten, ich gehöre zu euch. Ja, ja, gut, ich muss mal sagen, es ist zwar nicht mal aktuell, wenn die Folge kommt, ich weiß noch gar nicht genau, wann die kommt, aber wenn die Folge kommt, ist es auf jeden Fall, ja, aktuell noch, aber es ist nicht mehr der gleiche Tag, wenn es hochgeladen wird, ähm, das Pokatonier. Ja, Ferdi, auf den Baum drüber, ne? Hm. Aufsehen, wir. So, hm. Hm, jetzt soll ich nicht verkaufen. Ferdi, wo bleibst du? Ich bin da. Hier ist jemand, der, äh, der auch offen durfte. Oh. Nein, nicht der Arsch. Der, der, der KWF, der, der Megapink. Der hat Megapink, ich weiß. Nö. Hab ihn. Wenn du, der, der muss halt kommen. Dein lai ist noch, wo. ich hab nix mehr der Ender-Chest, das ist ja das Problem dann tp sich dann aber warte tp ich hab jetzt noch 3 Ender-Pellen, hey, mach mal bis noch 3 Ender-Pellen hey ich hab grad noch 6 und hab noch 3 ist egal, das könnte auch reichen, muss man schon mal probieren so boah, fertig ich muss da hoch ne und hier hoch so, ich dachte grad eben schon das hast du noch 2, ok, das ist nicht so gut, aber ich weiß, dass es nicht gut ist aber weil wir jetzt keiner als Schrift schiffen, will ich mit einer schaffen ja so, dann sagt ihr was dazu hey, die hat plus Blatt, ey jawohl was war denn das Pogatone, was war denn das? das Pogatone, also der hat ja ein paar mal sogar in den Folgen angesprochen werden also, oder werden es angesprochen haben öh! bleib, bleib, bleib zurückgesetzt, das sind die Kacke jetzt das ist ja schlecht gebannt, nee, Spaß ähm, ähm, ne, nicht der Arsch ne, nicht der Arsch, lass, rutsch ihn weg so, ähm, da drüben wer ist denn das? das ist Wolfskind du musst jetzt das Shampoorn machen das nehmen wir so ein Zweiersprung eigentlich relativ Ease jawohl dann jetzt wieder Shampoorn ähm, was, ach ne, was ist da drin was war da drin was war da drin Goldhahn ist und 10 XP aber die sind sehr aufwendig zu holen du hast einen Enderpell noch, ne? dann werf jetzt einen rüber, weil der Eisprung, der ist äh, der ist ein Ease aber trotzdem immer sehr riskant nein, nein ich lass deine Sachen liegen na geil Mann, das kotzt mich schon schuldig ich bockst ich hasse das Hendrik, komm jetzt einfach zu heiß hinzu ja, ich hasse das trotzdem, wenn das passiert ich seh, halt und dann holen wir jetzt einfach Helm, Rosa und was wir vergessen haben, sind Schuhe aber egal die Sachen gebe ich gleich wieder ja, wie willst du mir die wiedergeben? naja, Kiste ach so mhm, ja dann holen wir erstmal hier Helm, den dir Helm der ist hier unten, ne? Wasserfall runter echt? stimmt das, oder? so jetzt hier rüber auf die Lian trau, Hilfe, ich hab mich fast zur Überheit begangen und dann hier unten der, die Alten das sind wir schon relativ gut erklärt, aber wir wollen ja voll die haben ja, weil nur das Beste so, ähm was holen wir ja haben wir die Schuhe irgendwie vergessen? ja, der hat mir vergessen, die kommen dann zum Schluss Wollt ihr sagen? hat er das mal jetzt vorbeigelaufen in den Schuhen? naja, es gibt zweimal schon, einmal ein Blätter und einmal in der Mühle, ganz oben so ach so ach so ach, da gibt's ja schon so jetzt wir müssen das wollte ich dir jetzt noch geben äh, ok und hier hab ich mal gebraut weil Lampi hatte mal Alter der hat getragen und, äh, ja so jetzt kommt der der jungen Runden der wird ein Spaß du hast einen Ende bei dir? ne da ist ja keiner reingetan ich versuche mich mal dran, ohne da runter zu fahren nein, nein, nein das ist besser so ja, ich will es bin ich hier wieder an der Wand packen hallelujah va** 3 mal für dir neun ja, sie macht jetzt immer mit dir ich sind ängstliche zu lieben in der Stp gehst kommst du? ne das ist ja der das ist ja der der in der Ausland zum Beispiel in das Land ist rechts ist und in der Partie aber ich denke es ist noch für die Leute das ist ich bin bei mir so enthält ist noch die hier Diamant so so das kreffen das Geräusch so jetzt gehen wir mal zum Sporen, das ist der Trick, da kommst du jetzt hier nicht weg doch kommst du ja, da musst du zurückgehen halten Sky PvP ich leg mal die Tierrüstung jetzt vorsitzender, lege ich die einfach mal ab weil das die Leute, die sind immer so richtig scharf auf die Tierrüstungen also kommst warte mal, ich leg jetzt hier das, was wir in der Folge geholt haben lege ich jetzt mal hier unten zu hin jetzt wissen alle was du hast ja und, wissen Sie es eben ich sehe ja nicht Verzauberung so, dann ich werfe lieber einen Enderpeller sag mal so, ich hab nichts dabei, was was ich verlieren könnte warte, den Reck is geht aus, geht aus was was du tust da, äh, was der immer verschäden, verschäden ich bin dumm äh ich muss mal hoch ich muss mal hoch ich muss mal hoch fertig ist schon mal voll dir, ich muss mal hoch ich hab einfach verkackt den Spruch ich hab einfach verkackt den Spruch ich hab kein Enderpeller übrig und deshalb muss man dann immer ein paar Auflage haben und nicht mehr oder den Slash-Bomb-Befehl machen der zwar so zu zeigen, der nicht so cool ist weil erhältnismäßig aber wenn man das Risiko nicht eingehen will soll ich mal eingehen, das Risiko nein ähm, Lampe und Lucky, ich weiß nicht anscheinend sind wir mit den Tieren wo wir angefangen haben ok da geht man nicht in diesen Modus soll ich runterfallen wenn du runterfallst so jo ähm ja, also wenn es euch gefallen hat dann dann positive Bewertung da lassen wir freuen uns natürlich auch drüber wenn ihr uns abonniert und ja, da ihr jetzt ja wisst wo alle Teile der Deerrüstung sind könnt ihr euch die dann gerne holen und dann an uns verlieren ja, also dann bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüss